Schweißperlen. Herzklopfen. Stell dich der Aufgabe. Überwinde deine Angst. Wie mutig ist Franken? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele lustige Sachen gesehen in meinem Leben, aber Kai, es steht dir hervorragend. Die erste Trainingseinheit Kai aus Nürnberg bei Wie Mutig ist Fangio. Ja Kai, es sah ja schon gar nicht schlecht aus. Ja, ich hoffe, das ist heute am besten gut. Also, und das Ergebnis, ob er es wirklich gemacht hat oder ob er es doch noch gekniffen hat, das gibt es natürlich am Montag dann auf itradio.de. Wie Mutig ist Franken? Mit Unterstützung der Franken-Garage. Entdeckt die Designmöglichkeiten des Toyota Algo und viele weitere top ausgestattete Modelle jetzt in eurer Franken-Garage in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Franken-Garage.de.